hallo und herzlich willkommen zu meinem Kanal ja ich bin heute in der Spielbahn endlich und ja mit meiner letzten Wahl waren wir mit da ich packe es ja direkt hier oben in den Infobox Karten ja ich bin schon mal bereit ich möchte mich auch erst mal bedanken ich habe hier schon sehr viele ich weiß was ich damit machen will und jetzt nicht benötigst du das sieht doch schön aus wieder kommt hier rein ich brauche mehr Gold also heißt es noch einen Pickens machen ich möchte euch noch an was euch ankündigen verspreche mich an also das wollte ich jetzt nicht sagen also demnächst kommt einmal mehr Tours wieder und vielleicht macht man auch mal Trail Makers Video ich habe aber schon mal versucht aber da kommen wir irgendwann mal anders wieder drauf wir haben auf jeden Fall Gold übrigens dieses Video ist auch ein XXL Video ich bin so ein bisschen leer ab Superin Falte Folge 1 äh nochmal sehen weil ich praktisch auch euch noch mal in die Infokarte und ja eigentlich wollte ich einen anderen Spinn nehmen aber in den Spinn hab ich auch noch nie geteilt ah das brennt also Eichen brauche ich jetzt auf jeden Fall nicht ich brauche ich brauche noch mal in die Infokarte ich brauche jetzt nicht so auch das kann schon mal lang gehen ich habe zufällig gute Blöcke da Okay. Ich hab mein Weg gebaut. Du passt! Lapp, 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 Lapp. Ich konnte es für einen Moment nicht erschrecken. Ich habe schon mal zwei. Ich kann es mir keinen. Ja. Ich habe mich extra dahinter gebaut. Ich bin einfach gar nichts Gutes. Ich finde es schade. Immer mal. So richtig darüber redet als Gold. Das Gold. Ich sag von Herrn Schlauzen Gold. Ich dachte, am ersten Moment ist es Gold. Dann war es Gold. Ich hab' irgendwie gehört. Ich hab' irgendwie gehört. Ich hab' irgendwie schön. Und ich nehm' das mal mit. Und Eisen kann man nicht bekommen. Wenn man Gold gefunden hat, ist es was Gutes, wenn man Eisen mit zu finden. Ach, hier war der Gold. Ich hab' mich schon gewundert. Ich weiß, wie so ein Aufzug gerade. Okay, Eisen. Äh, ich hab' einfach mal Eisen mit. Was. Okay, so. Ich hab' auch Udessen. Okay. Nein! 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 die koordinaten nicht gemerkt okay wenigstens konnte ich die besten sachen ich habe zum glück eine andere ich hatte nicht die koordinaten und ich hoffe es passiert nicht die gegend auch gemerkt extra eisen geholt würden ein gestorben mehr als er kommt nicht mit ich bin ich wollte einfach in die laber wird doch immer schlimmer hier ich bin ein gold vorbei gerannt und anlag ich habe es nicht mitgenommen da oben ist lapis kohle und gold ich habe da unten die feuer durchgedreht hatte ich es heute überlegen ich würde es jetzt im video einfach zu sehen nach dem aufnahmen und ich bin fast kein einfaches nackt und ich wollte heute schon mehr kassel klar aber da ist auch über mein kopf dann erst sagen wir also ich habe mich schon geknackt und in dem einen der seite ganz verdienen übrigens die kann auch das video gleich auch mit unseren freunden teilen und sagen wir auch noch mal abonnieren wollen wenn ich sehr ehrenhaft durch meine statistik genau ich bin die 1 2 1 lieber ein feuer war gelaufen fast daran gelaufen als wir jetzt noch nicht aber eigentlich alles dabei was ich brauche ich lasse einfach die ganze da ist noch ein paar sekunden die 1 2 3 Minuten gesagt nicht abhandeln die ich nicht mehr sehen jetzt haben wir verlaufen oder die hier oben ging es nicht weiter wie bin ich hier runter gekommen also ich bin jetzt in ca 10 minuten hochgekommen naja ich habe da was mit mir also ich tue ich noch das ganze robert fahrten im übrigen ich habe noch ein bisschen eigen gefahren wie ich hier sehe das brauche ich natürlich alles ich bin jetzt nicht mehr so richtig speedrun ich brauche hier wo bin ich überhaupt noch mal hochgekommen es war voll der 1 muss ich hier runter achte ah da ja hier also hier runter ist so ich habe in folge 1 oder 2 hier auf jeden fall mal sehen hier da werden wir jetzt gleich jump and run dazu machen oder einfach mich hochbauen aber da habe ich auch noch nicht so richtig geschnitten und kann ich effekte und so eingezielt und da war ich halt komplett am anfang auch wenn ich jetzt nicht sagen möchte ja ich bin ich schon so mittendrin ne aber ich bin zwar immer noch am anfang da war ich sehr langweilig da war keine musik dabei ein so wäre es dann gewesen und ja ich bin auch nur beim schneiden und also hoffentlich merkt man es auch also ich hätte das ist jetzt nicht so rum übrigens eben beim letzten video was ich gestern nicht vorgemacht im vorwesern machen ich verlinke ich jetzt auch die sofort in der infokarte nämlich da habe ich auch dann schnitt einstunde gebraucht dass ich alles geschnitten habe und so und eine halbe stunden zum hochladen und damit meine ich bin hochladen nicht auf youtube hochladen damit meine ich es ist auch alles gespeichert wird und mit dem exportieren und sich reichen also jetzt nicht so viel holt ich lasse es jetzt auch und vielleicht sich jetzt vielleicht dann auch wieder um jetzt habe ich euch auch noch mal ein video in die infokarte das ist eben mein zweites video und mein drittes kanal also da bin ich eben sowas in den netter gegangen das ist jetzt noch richtig vorsichtig und das glaube ich nicht rein das ist sicher wie ich vorhin schon festgelegt das kommt wieder rein die openkartoffeln kommen hier rein oder hier wenn wir uns alles umverarbeiten ich dir manchen denn könnte ich eigentlich theoretisch die vielleicht so ein verdauertes machen so was ich will einfach mit meinem nutzen für uns den handeln und sogar noch ein kopf mit dem hier mit aber ja ich weiß mit dem das ist nicht so gut machen kann also wird auch nicht so viel mehr davon also einmal braucht es eigentlich nicht so in die goldkumpen und vielleicht für jetzt nicht so also die bühne ich mache jetzt ein ganz kurzen schmuck Hallo Leute, kennt ihr noch diese Sporn, dieser Müll-Spawn, unterröde ich alles machen, ich hasse diese Sporn, das ist ähnlich. Kann ich Goldschwetter auch schenken, dafür was bekommen, da will ich jetzt nicht runter, ich bin nicht lebensmüde oder sowas. Oh, da ist nicht mein Ausgang. Bäh. Guck mal, ich mag Gold, das ist Geld. Übrigens, falls ich mich lustig, ich weiß nicht überhaupt, ne, ich hab's in diesem Fall, kein Video in diesem Fall, ähm, das vielleicht irgendwann mal 2 startet. Ich werde dann später, ähm, nach diesem Video, ähm, dann nochmal einen kleinen Einblick zeigen, also ich kann ein kleines Video machen, wo ich, ähm, ganz kurz vorstelle, und ja. Schleiden muss ich dann nicht, da werde ich auch nicht drehen. Ähm, zum Glück her. Sie sind die Schleiden aus dem Fall. Ähm, dieser Freude, doch? Das ist vor meiner Nase, äh, probier ich nicht, blöd man. freut mich danke ich bin verrückt auch okay es ist nur ein bisschen warten wie ich mir gab und war einfach als für euch was nehmen ja jetzt ein kleiner katz und für mich waren es ungefähr fünf jahren sich nicht und jetzt direkt mal meinen hoffen tabelle hin nicht praktisch dass wir uns heute noch mal wieviel gold habe ich jetzt auch gold in der da ist doch einfach das beste ich fahre kann kann ich jahrelang ich werde nicht arm jeder schreibt jemand den kommentar ich bin unnötig zerstören ich habe vergessen wie das heißt ich bin der leuchten ich bin der leuchten so nicht übrigens hat meine kommentare ob die xxl videos feiert was ist das was ist das ich glaubt es ist ungesund wartet das ist grün da kann sie ungesund sein jürgen war ziel hat sich nicht gelohnt ich will ja meine später nicht unnötig zu hören wer schreibt in die kommentare ich bin ja toll ich hätte mir ersatzspitze ich weiß nicht wo ich bin ich weiß nicht wo ich rauskomme ich weiß gar nichts wo bin ich hier ist der gerade verschwunden aufsteht hier den pikle jetzt wieder weg wo ist er denn das sturm ich sollte Fareble ich bin dran gesehen ich bin so dumm 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 Area Das war's. jetzt noch nach den verbrücken und ich kann nicht noch ich habe ja auch hardcore ausgebildet ich bin ich auch nicht in ein haus liegen da bin ich einfach in einer höhle und leute das war es jetzt mit dem video ich hoffe ich gefallen dass auf jeden fall einen daumen nach oben und ein abo dran wir sehen uns beim nächsten tschau